So, weg mit euch. Dianna, ich bin nicht für Arbeit. Ich brauche ein paar Informationen über Giuseppe Giuliano aus Palermo in Sicilien. Was hast du? Lass mich sehen, Giuseppe. Oh, ja, ich habe ein FAT-File. Giuseppe Giuliano, Accadon Aguilo Giuliano. Kapo von einer der größten und größten und größten Organisationen der Mafia in Sicilien. Ich brauche die Satelliten der Satelliten auf seine Residenz. Und informe auf die Sicherheit und die Routen. Und schau mal auf einen Priester. Er ist ein Freund von mir und wurde gebrochen. Ein Freund? Hast du soviel, 47? Außerdem, wir glauben nicht, dass wir die Informationen für frei vergeben haben. Wie glaubst du, dass du uns zurückkommst? Ich habe gehört, dass du extrem viel Geld bist. Ja, ich weiß. Ich habe gehört auch diesen Ruhm. Es ist nicht wahr, aber ich bin sicher, dass du ein Arrangehen kannst. Ich mache ein paar Strings und sehe, was ich tun kann. In Wahrheit, ich habe einen speziellen Request für dich, um eine Reaktion von Kontrakten zu machen. Es sollte eine einfache Operation sein. Eine Mission? Genau. Genau. Wenn du akzeptieren kannst, ich werde dir die Requesten Informationen sehr schnell geben. Was sagst du, 47? Still stark genug, um ein Job zu behandeln? Was sagst du, 47? Was sagst du, 47? So lass uns einfach über die Grunde die Routines zusammenfassen. Die Regen hat nur zu bemerken, dass du nicht zu russisch vorst, bevor du dein ersten Mission bist. Wenn du in den Garten schadest, kannst du in den Laptop gehen und starten die Mission bei Aktiv in den Laptop. Ne, C ist um die Ecke gucken. Y ist das andere. Ah ja, hier. Ja, das hätten wir auch. Catch Knife, Catch Knife. Lockpick ist glaube ich der Dietrich. Richtig. Mit Kuh steckt man die Sachen weg. Nein, hier kann ich so nehmen, so kletter ich nicht hoch. So, kletter ich aber hoch. So. Schauen wir mal. Ja, man kann auch eben durch das Schlüsselloch gucken. Ist natürlich mal sehr unauffällig, wenn man, äh, nicht? So, was haben wir hier? Macht halt auf. Äh. Wo ist meine geliebte Klavierseite? Da ist sie. Ach ne, verdammt. Ich dachte mir schon, was ist das denn für ein Begriff für eine Klavierseite? Da hängen sie doch. Fiber Wire, genau das zwar, nämlich die Klavierseite. Nö. Ah, der Taster. Halt, ne, Kuh ist das meistens. So, dann starten wir einfach jetzt die erste Mission. Der Laptop ist quasi die Verbindung zur Agentur. Jetzt geht's los. 47, das ist Diana von der Agentur. Wir sind alle glücklich, dass du wieder bist, um zu uns zu tun. Dieser Mutuale Arrangement, das wir gemacht haben, um deinen Freund und Mentor, Vater Vittorio, bedeutet, dass du ein paar Mafia-Members in der Villeporghese steigst, wo er in der Basis hat, in der Basis. Der Hauptstelle ist Don Giuliani. Die Sicherheit ist nicht genau lax. Plenty of Gäste sind in der Mansion-Kompound. However, don't expect to free Vittorio just like that. The Don is running a tight ship. And if alarmed, he will probably kill the hostage and escape. They're used to people coming to pay respect, ransoms or bribes. But they are alerted by unusual activities. Check out the map we have of the grounds. Buena Fortuna, 47. Ja. Da haben wir eine Möglichkeit gesehen. Und da ist die andere Möglichkeit. Ansemmer. So, was habe ich alles dabei? Mit Schalldämpfer. So, wie geht's das? Und da ist die andere, die ich jetzt sage. Und da ist meine Güte. Und da ist die andere. Und da ist die andere. Und da ist die andere, die wir sonst vorgebracht. So, was habe ich heute gemacht. Und da ist das andere. weil es hat ja du kannst die flasche ruhig runter lassen so wir droppen einfach mal den body da hat er war ja nicht so lange betäubt jetzt hängt es nicht mehr so ich muss irgendwie zu den paten darauf schauen wir mal die klavierseite entdeckten die eigentlich glaubt in der regel nicht stehen bleiben ach gott ich hab die dabei äh restart mission wir können auch den anderen weg da drüben versuchen und 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 oder nicht ach ne